Ah, Alter, Alter! Jetzt weiß noch einer. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Da ist die. Warum, warum? Willst du mir Holz geben, oder was? Ne, das nicht. Da. Danke. Die andere Hälfte kriegt Luca. Was denn? Da. Da ist ein nicht rotes Schaf immer, es muss gefährlich werden. Ziemlich 38 Äpfel. Äh, ne. Doch. Hab ich. Warte, liegt noch ein Apfel oben drauf. Ich hab schon wieder zwei. Und schon wieder ein Baum gewachsen, jetzt gibt's doch nicht. Siehst du doch. Oder vor allem bei Roller gibt's das. Im Prinzip könnte ich jetzt die ganze Zeit mit der Schere immer nur um den See im Kreis laufen, weil wenn ich am einen Ende wieder angekommen bin, dann haben die am anderen Ende schon wieder gefressen. Das ist lol. Ja, das ist sehr praktisch. Wenn ihr nicht zu weit weglaufen, irgendwann. Das machen die ja sowieso nicht. Die sind ja treu. Treudiener. Treudiener. Ja. 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 diese Spinne, ja. Die ist voll gemeinstrumiert. Die ist voll nett. Ja. Wie wir. Genau. Nur, dass ich euch einigermaßen ertragen kann. Das ist ein Lied. Einigermaßen. Alter, ich hab 40 Äpfel. Bitteschön. Und ich hab jetzt 16. Wieder mal. Schnelles essen zu. Dann seh ich schon wieder ein Bubenschaf. Über den Teppich. Opfert euch. Für'n Teppich. Opfert euch für den Teppich. Fresst los, fresst. Ja, so lange die Schafe am Strand rumstehen, fressen sie natürlich nicht. Das ist ziemlich dumm von denen. Äh, was tut denn nur? Die können ja auch Sand essen. Was machst du da? Ja, der hat das so. Nicht mal erst mal die Wetter weg, damit keine weiteren Bäume mehr wachsen. Äh, hach. Wieso wachsen denn? Äh. Ich versteh's nicht. Du sollst die Sepplingse einfach wegmachen, oder? Ne, sie soll ja wachsen. Ich brauche Holz. Hä? 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 Ist er im zweiten Stock? Ja, er ist im zweiten Stock. Ist es da vielleicht zu dunkel? Eigentlich nicht. Keine Ahnung. Ach, Glas war die hier rum. Da ist schon wieder ein weißes Schaf. Es muss doch rot sein. Sei rot. Voll Wut. Oh, schon wieder da gewachsen. Das war ein Ding. Ach, Mensch. Ich hab' ich. Dann bräuch ich nochmal eben Holz. Hab' ich? Holz auch, komm her, komm her. Ich hab' Holz. Haha. Ich hab'n Holz genug. Ich hab' mehr. Ich hab' mehr. Ist so. Ist übrigens auch ne... Ja, so groß ist es ja eigentlich nicht. Oder doch? Warte. Ja, doch. Kann sein. eine große Höhle. Aha. Aha. Ja, da können wir vielleicht mal reingehen. Aber ich schätze nicht mehr in diese Aufnahme. Wenn wir auch nur fünf Minuten. Oh. Abbau, abbau. Mehr Holz. Mehr Holz. Mehr Äpfel. Ich hab' übrigens wieder 25. Komm mal nach. Komm in der nächsten Folge in die Höhle. Ja. So. Damit wir immer mal was anderes haben. Boah. Alter. Schon wieder vor mir, Alter. Ich hole mir jetzt einfach mal wieder. Ich hab' mich erschreckt. Komm. Ich hab' drei. Ja, ich hab' jetzt 64. Das reicht ja nicht. So, 64. In dem Moment, wo du Soch gesagt hast, hat mich ein Skelett geschossen. 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 Wir sind auf dem Jahrmarkt. Ja. Ja Gott, bitte. Dann hättest du mich an seine Wand gehängt. Okay. Also, ihr kennt das ja, wenn man so Fürschköpfe an die Wand hängt. Trophäen. Kenne ich, genau. Aber wie auch was hast du ja auch dein Wohlzimmer hängt. Hab' ich in meinem Zimmer hier gehängt? Genau, ne, hängt eins. Es riecht ein bisschen streng, aber es ist schön. Mal da, wo ich gerade eben noch war, ist jetzt die Monsterparty. Schönes mitmachen. Hä? Es gibt, ähm, Bio für umsonst. Es gibt, ähm, Bio für umsonst. Die sind immer da drüben auf der anderen, auf der anderen Seite des Freudensees. Es gibt freiwillig für ein Euro. Freiwillig für ein Euro. Freiwillig für ein Euro. Freiwillig für ein Euro. Das ist so dumm. Ja, was nicht immer sieht. Schöne ich mir gleich ausdenken können. Ja, das hattest du wirklich. Ja, ja, das hattest du wirklich. Ja, jetzt gehst Du ganz schlimm, jetzt sterb, stopp. Ja, stopp. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ganz stimmt so, ja. Ja, 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 du, ja, ja, ja. Na, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. das ist kein boben gewachsen gott sei dank gewachsen hier äpfel jetzt habe ich 55 äpfel nur noch weiter bleib stehen ich bleib stehen ich muss mir das kraftwerke lasst mich in ruhe lasst mich in ruhe sexuelle belästigung wenn du ein stack hast gib mir den rest ich hab ein stack wenn ich oder ich hab ein stack und fünf fertig wirst du das ist immer nur das braune schaf ich brauche aber nichts von braunen schaf ich packe mal die hälfte von den äpfeln da rein so viele äpfel 8 äpfel reichen erst mal bleib stehen bleib doch stehen der höhste kann man das nicht nachschubstern muss er muss ein dach überstehen so scheiße das geht nicht ich habe schon 45 äpfel ich hatte ein stack es werden einfach nicht weniger auch schon wieder baum gewachsen hier in der schwarze zu gehen ich bin eine abwegkiste gleich noch lustig wenn man das jetzt mit einem eigenen block machen kann ein apfelblock den baum hole ich mir jetzt der ist der apfel guck mal ist ein apfel im wasser und dann ein apfelkuchen block das ist auch mal geil dann ein apfelkuchen block hast du ne sch... warte mal ich brauche mir eine schere dann können wir das laut mitnehmen oh ich wollte aber äpfel ja das kannst du trotzdem äpfel das ist voll komisch meine schere wird einfach nicht weniger also die geht jemand nicht mehr kaputt freudig wenn ich möchte die nimmt die nur schaden wenn man hauen oder auch wenn man schneidet wenn man schneidet komisch ich renne ja schon die grenze drum die müsste auch mittlerweile kaputt sein da ist einer der noch gewachsen ich sag's doch noch einer ja drüber ja 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 den laukel meine hecke bauen hat voll dekoration von dekko ich hol' 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 ja ich wollte das so das ding zu und das sind sie da mach ich steppig ah Alter du bist du zwarst du noch einer es gibt die ganze zeit und ich kam nicht hinterher vor allem mit der frauen alleine wir werden niemals all das holz verbrauchen dass ich habe nur anderthalb stecks holz nur und was habe ich alles verbaut mehr mehr ein bisschen mehr ich habe 31 wieder alles darum baum ich erst mal eben was und dann kann ich die gastlichen äpfel wieder hier rein als bis gerade besser super aber ja meine ich habe ja eine schere nicht 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 die die kippen aber wieder ein baum und wieder wohnen stellen daher bevor die kehrer das kommt wieder glaube ich scheiße ich bin vorher erfahrung damit das schmeiß ich weg da schmeiß ich weg da schmeiß ich den ganzen tag mit eurer blöden mit dem blöden holz rumgespielt ich helfe euch schon weg und wenn jetzt wieder einer wächst gott ich habe 1 2 3 4 5 6 6 blätter in der kurzen zeit das passt ja gar nicht glaube ich alles gar nicht alles rein ne dann bauen wir noch mal eine neue kiste haben wir überhaupt noch holz das ist in erde wo überhaupt hier hätte ich würde eigentlich meinen glaube ich egal ich bin jetzt mal ganz egoistisch und baue einfach mal eine kiste für mich selber für der feine er braucht sich weiß dass andere blätter sind ach das wird es aber kriegen wir auch wie es ist haben wir ja so wenig von daran besteht echter mangel so dann können wir schon gleich sagen die aufnahme ist zu ende das ist aber schade das macht mich voll traurig eigentlich nicht aber egal was da kommen wir so holz rein die sepp links kommen wir auch ein 6 nix wundert mich aber sonst irgendwas so dann das dann noch rein was das erlaubt ja kommt ich kann es auch noch rein machen eigentlich schon es muss ganz erlaubt wollen äpfel das ist doch ein baum wir haben kinder sagen holz mit dem baum noch ab und dann machen wir noch eine rolle die kiste ist vor dem motor eine zweite ok man reicht scharf und hier noch mal eben wir sind schon wieder kaputt also ich kann mir ja ganz kurz eben holz kann ich auch noch ein bisschen rein so gut dann würde ich sagen beenden wir die aufnahme doch kurz mein zeug weg ach ja das zeug weg muss ich auch noch vor ich behalte es einfach im winter ich nicht ich bin hier öfters online wenn ich öfter schaffen würde welche auch gerne auf das online ich habe kein holz das kann heute so kurz gibt es doch gar nicht oder so wie er überhaupt noch nichts ist jetzt da steht ich sagte es jetzt egal das ist meine provisorische kiste so dann würde ich sagen kommen in unserem neuen dings hier ja in unseren neuen dings hier hier drin ja alles so geht denn ach da ach da moment sind ein Moment die Lounge genau es ist jetzt die Lounge ich bin ein Schild dran gleich mache ich gleich mache ich nach der Aufnahme du bleibst da stehen Schiff drüben komm bis jetzt bis ja so und setzt sich hin setzt sich gefälligst hin bis zum nächsten mal bei okay let's play minecraft together tschüss 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 tschüss